Oh, das finde ich süß. Chat, Fickernägel lackieren als Guy ist absolut valid, alright? Das ist nicht L oder irgendwas, absolut valid, Bro. Jeder soll das machen, wenn er das machen soll. Das sieht bei manchen Leute so fucking fresh aus. Wenn du so diesen Emo-Type-Guy hast bist, whatever, dann sieht das unfassbar fresh aus, alright? Ihr seid alle so fucking 13 Jahre alt und in eurer Dorf-Bubble gefangen, wo ihr es nicht checkt, Bro, alright? Wo es dann irgendwie gay ist und es ist dann irgendwas Schlechtes oder so, alright? Das ist das Einzige. Ansonsten das kann bei manchen insane fresh sein, okay? Wenn ihr das nicht seht, dann seid ihr selber einfach vermutlich ziemlich wahrscheinlich nicht fresh, okay? Das ist die fucking Wahrheit. Sorry, dass wir das jetzt zu euch so ungefiltert kurz mitteilen müssen. Es tut mir unfassbar leid, Jungs. Aber das ist dann wahrscheinlich die Wahrheit. Bist du fresh? Nee, I don't know, geht. Ist fine, aber... Keine Ahnung, Bro, das ist ein Thema, das mich unfassbar krass abfuckt, man. Ich weiß nicht. Ich habe viel auf Twitter gelesen dazu und so und ich... Keine Ahnung, ich finde es irgendwie voll schade, was für eine Richtung irgendwie so wir uns entwickeln. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade einen ganz großen Step zurück machen. Ich weiß nicht, es wirkt eher so, als würden wir gerade wieder zurückgehen und es ist so... Oh mein Gott, Bro, hatten wir nicht diesen ganzen Talk. Ich hasse diesen Talk, weil es cringe halt darüber zu reden irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, man muss darüber reden, weil es gerade sich wieder zurückentwickelt. Und irgendwie... Ich will wenigstens meinen Part machen dafür. Checkt ihr, was ich meine. Weil, Digga, ich gucke manchmal auf Twitter und denke mir so, Junge, ihr Vollidioten, Bro. Ja, dann hat jetzt hier irgendwie Cristiano Ronaldo schwarz lackierte Fingernägel oder was der hat oder Fußnägel oder so. Oh mein Gott, krass. So holy shit, lass ein Riesending draus machen. What the fuck. Bro, mega cringe, Bro. Dann irgendwie diese ganzen TikTok Johnsons, die jetzt Andrew Tate feiern, Bro. Das ist einfach... Es ist so fucking cringe. Bro, wirklich diese nächste Generation ist ein Haufen Scheiße einfach. Also wirklich. Es ist nicht dieses, oh mein Gott, die nächste Generation, oh mein Gott, wie sollen die unsere Rente zahlen, bla bla bla. Sondern einfach wirklich das, was man da teilweise liest, ist so fucking dumm. Und... Ah, come on. Ich... Sorry. Es ist wirklich ein Wunderpunkt. Ich habe vor allem gestern Abend richtig viel darüber nachgedacht. Ich finde das so insane cringe, Bro. Und es gibt so insane viele Leute. Es sind nicht... Es ist nicht so eine Person von 100, die das unterstützt, sondern es sind so... Gefühlt 40 Personen von 100, die das unterstützen. Und ich check es nicht. Bro, wirklich. Es ist so fucking peinlich. Und die Leute denken irgendwas mit... Ich habe da auch irgendein... 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 So ein Thread gelesen. Wo dann so Leute irgendwas geschrieben haben mit... Ja, ich werde niemals meine Meinung ändern. Ja, immer stabil bleiben. Und so. Mein Junge, es hat nichts mit stabil sein zu tun, wenn man irgendwie lackierte Fingernicke wack findet. Dann ist man einfach ein Vollidiot, Bro. Sorry. Das cringe mich wirklich komplett weg, Alter. Die kommen zu leicht an Drogen. Yeah, I guess. I don't know. Das ist nur in deiner Bubble so. Trust me. Ich denke, insgesamt bewegen wir uns in die richtige Richtung. Ja, I don't know, man. Ich sage ehrlich, es wirkt für mich nicht so, als würden wir uns in die richtige Richtung bewegen. Ja. 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 Ja.